Die Tischlerei Eikwort bietet Ihnen Objekteinrichtungen vom Café bis zum Konferenzsaal. Unsere Innenarchitekten entwerfen für Sie Einzelanfertigungen oder Komplettlösungen. Wir fertigen nach Ihren Wünschen mit den unterschiedlichsten Materialien sowie Oberflächen. Dabei arbeiten wir qualitativ hochwertig und zugleich kostenoptimiert, sodass Sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Ob einfache Funktionsmöbel oder hochwertige Einzelstücke sowie Kompletteinrichtungen, wir planen entwerfen und fertigen Einrichtungen, zum Beispiel in Büros, Gastronomie, Arztpraxen im Ladenbau und auch individuell angefertigte Möbel für den privaten Wohnbereich. Entdecken Sie den unverwechselbaren Charme individuell angefertigter Möbel. Verbunden mit einer hohen Funktionalität, nutzen Sie unsere große Erfahrung für die Realisierung Ihrer Vorstellungen und Konzepte. Tischlerei Eikwort – Wir machen Ideen begreifbar.